Was versteht man unter Plöck? Ja, der erste Plöck ist prima und der zweite Plöck ist gut. Nur der dritte Plöck verdreht kein Klima, der sticht man sich am besten an der Hut. Ja, das ist das Lied von Karl Berbühr. Plöcken meint ja eigentlich Pflücken. Im Jahr sind der Brummenreif, ich ja ein Brummenplöcke. Es ist halt der zweite Plöck. Aus dem ersten Plöck haben wir halt Schabau gebrannt. Aber Karl Berbühr meint, mit dem ersten Plöck, ja so die Frau löschen bis so 35 Jahre. Und mit dem zweiten Plöck, ja die Frau löschen so bis 55, 60 Jahre. Und der dritte Plöck, naja, das sind dann die bisschen überriefe Frau löschen, die dann genau wie die Brummen nicht mehr so knackig sind. Aber süß sind überriefe Brummen auch. Das ist ja. Und der dritte Plöck. Und der dritte Plöck.